Buntes Trier, nicht mit mir! 444! Am 1. August zeigt der nationale Widerstand in der ältesten Stadt Deutschlands Flagge. In Trier wird die NPD gegen das neue Asylheim in Trier-West auf die Straße gehen. Jetzt sind alle gefragt, denn der Asylirrsinn nimmt Überhand. Die rot-grüne Landesregierung unter Malu Dreyer setzt alles daran, Trier zu einer neuen Hochburg der Asylüberfremdung zu machen. In den Erstaufnahmeeinrichtungen sind jetzt schon über 3000 Asylbewerber untergebracht. Ab dem 1. August diesen Jahres sollen noch einmal zusätzlich über 2000 Asylbewerber untergebracht werden. Damit nimmt Trier mehr Asylbewerber auf als das Land Polen. Und dabei werden weniger als 1% der Asylbewerber überhaupt als politisch Verfolgte anerkannt. Das bedeutet, für den Asylbetrug muss der deutsche Steuerzahler jedes Jahr über 20 Milliarden Euro verpulvern. Wir sagen, damit muss Schluss sein. Wir wissen, wofür wir kämpfen, wenn wir am 1. August um 18 Uhr vor der Jägerkaserne den ersten nationalen Appell abhalten. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Bundeskanzler, 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 Bundes Vier, vier, vier. Volksgenossen, am Samstag, der 1. August 2015 gelten keine faulen Ausreden. Wir treffen uns zum Demonstrationszug der Nationalen Sache in Trier-West. Es geht gegen den Asylmissbrauch und gegen Multikulti-Wahn. Arsch hoch, ich zähle auf euch. Buntes Trier, nicht mit mir. Vier, vier, vier. Deutschland den Deutschen, Asylbetrüger raus. Deutschland den Deutschen, Asylbetrüger raus. Deutschland den Deutschen, Asylbetrüger raus.